Wenn man hier in Lima ankommt, nachdem man durch ganz Südamerika gefahren ist, ist man zufrieden. Vor allem nach dem Kampf, den ich mir über 6000 Kilometer mit Marc Coma geliefert habe, ist es wirklich eine Erleichterung. Es ist unglaublich, wenn man denkt, wie schwer es schon ist, nur ein einziges Rennen, eine einzige Ready Dakar zu gewinnen. Und ich gewinne 10, das ist unglaublich.